Hallo, wir sind wieder da mit dem VG-Mob. Ich bin Max und ich bin Brian und heute geht es weiter mit Minute. Allerdings müssen wir dazu sagen, ich habe mich ein bisschen kundig gemacht, ich habe ein bisschen geguckt, was geht noch so, damit wir nicht völlig planlos sind. Ich fange mal mit einer Sache an. Okay, wir sind also wieder Richtung Wüste. Ah, okay. Wie macht man jetzt dieses Bescheuertum? Jetzt geh bitte mal in irgendein anderes Haus, wo man saven kann. Hier durch den Keller. Zum Beispiel gehst du da hoch, dann gehst du bitte wieder in die Dingens, also in die Wüste und tötest dich in dem Raum. Okay, muss man sich quasi von jedem... Genau. Ach, wie blöd ist das denn? Ja, da werden wir auch niemals drauf gekommen. Nee, nee, das ist hart. Okay, das war jetzt gerade mein Run. Genau, also wir wechseln trotzdem noch ab. Ja. So, jetzt muss ich nämlich... Ja, wir haben unser normales Zuhause, so das jetzt Hotel. Ja, auf der Insel war ich gerade. Und jetzt zum Schluss gibt es gleich noch den Caravan. Ja, wobei da ich mir so gar nicht sicher bin, ob wir das nicht sogar schon mal gemacht haben. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ja, wir machen es besser. Ich will es jetzt einmal noch machen und dann sind wir auf der sicheren Seite und haben wir alles gemacht und dann gucken, was wir da finden. So, das heißt, ich gehe mal vorher eben schnell in den Caravan. Genau. Du kannst ja jetzt reinlaufen, guckst, ob die Tür offen ist und wenn sie offen ist, dann brauchst du dich nicht kennenlernen. Ja, wer hätte da auch denn kommen sollen? Also... Ja, Leute sind da ja offenbar drauf gekommen, aber... Ja, guck mal. Und wir haben einen Coin. Nice. Boah, jetzt muss ich schon anfangen zu... Aha, und da haben wir jetzt nämlich auch den... Ja, da gab es ein Achievement quasi. Ja, weil wir jetzt alle Rätsel aus dieser Ruine gelöst haben. Jetzt muss ich allerdings... Jetzt muss ich schon anfangen zu überlegen, weil... Ja, ich weiß... Uns fehlt noch ein Item. Okay, uns fehlt noch ein Item. Es fehlt noch ein Item. Ja, das weiß ich auch. Nein. Es ist verschwindet die Zeit. Uns fehlt noch ein Item und ist gar nicht so krass schwierig, das zu bekommen eigentlich. Eigentlich ist es... Wir haben es auch schon eigentlich angesprochen. Einmal. Okay. Kann ich... Kann ich hier überhaupt durch? Ja, ne? Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch zeitlich schaffe, aber es ist tatsächlich diese Geschichte hier. Nein, nicht runter. Okay. Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig. Und das ist auf der richtigen Höhe. Also, ich habe es... Ja, wow, das schaffe ich nicht mehr. Aber du weißt ja jetzt, was zu tun ist. Und das kommt jetzt da oben rein, theoretisch. Ach, was. Dumm. Ja, okay. It's your turn. Ja, ich nehme das... Es müsste zeitlich aber eigentlich hinhauen, wenn ich das richtig habe. Nur, ich habe gerade rumgeplempert, Zeitverplempert. Ja, klar. Fotoapparat hoch. Ich meine, wir haben ja jetzt auch die coolen Sneaker und alles. Ich mache mal eben so. So, jetzt gucken wir... Da kannst ja damit anfangen. Der muss auf der Höhe von dem einen da sein, der da schon bereitsteht. Ne, ne, noch ein bisschen runter. Der, der... Also. Genau. Der etwas höher. Genau. Den brauchst du jetzt quasi nur noch gleich drauf schieben. So, klopp. Und dann geht es hier weiter. So, und dann geht das in... Das kommt oben rein. In die Presse. Okay. Gucken wir mal. Ähm. Ja. Ja. Aber, aber auch das ist... Das haben wir uns gedacht. Oder beziehungsweise... You got the Grinder. Du übernach gedacht, ob man das macht. Das ist das Item, was uns fehlt. Ist der Grinder. Okay. Press A to continue. Und zwar... Ich bin mal eben so frei und gucke einfach mal, was das Ding kann. Kann der überhaupt? No box can stop you now. Ja. Ah. Und ich... Ich glaube... Du weißt jetzt was... Ich glaube, wo ich... Ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß aber, dass ich das nicht mehr schaffe. Ja, aber ich überlasse dir das jetzt gleich festzumachen. Okay. Ja, gut. Das heißt, du wirst jetzt ein anderer... Ich werde jetzt mal eben zu einem... Anderen... Zu einem für uns sinnvolleren Safe-Spot, glaube ich, hingehen. Das heißt, nach da oben gehe ich jetzt mal hin. Was wir auf jeden Fall auch mal... Ach ja, ich mach... Ich mach noch eine Kleinigkeit eben zwischendurch. Das ist... What?! Ja, klasse. Da... 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 Da wäre man... Da wäre man vielleicht drauf gekommen. Irgendwann hätte man geguckt, aber... Wenn... Wenn man echt alles... Oh Gott. ...untersucht hat, genau. Da wäre man drauf gekommen. Das ist mir grad noch in den Kopf gekommen. Ja. Es sind auch nur noch Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe jetzt. Wenn nicht, dann kannst du gleich was Schönes tun. Ja. Ach was. Ja. Okay, man sollte warten. Ja. Guck mal, was passiert. Ich weiß nicht, ob das noch... Ob ich noch genug Zeit hatte dafür. Aber du musst hier halt echt einfach warten. Da habe ich nicht... Ja! Wow! Toll, hast du gesehen, was passiert ist. Ja, ich habe gesehen, was passiert ist. Aber du kannst jetzt dein Kram machen. Also du weißt ja schon, was du machen möchtest quasi. Ja. Da solltest du auch vom Zeitlichen noch hinkommen. Ne, nicht da lang. Hä? Was wolltest du... Soll ich jetzt erst den Coin holen? Ne, ne, sollst du nicht. Jetzt... Aber dann wusste ich nicht... Dann haben wir offenbar unterschiedliche Vorstellungen gehabt, was... Ja, egal. Ich hole jetzt diesen Coin. Okay. Ich dachte, du wolltest jetzt in die Mine runter. Ja, wollte ich auch. Ja, ich bin grad an der Mine vorbeigelaufen. Ja, okay. Sorry. Ah, okay. Ich verstehe, glaube ich, wie du in die Mine rein wolltest. Ja, sorry. Dann war das natürlich... Ah ja, gut. Egal. Ja. Dann kannst du das gleich machen, das ist ja... Irgendwann. Ta 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 ta! 16, es fehlen uns noch 3. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwas nicht schaffe. Eigentlich hätte ich jetzt hier runtergehen können, aber dann... Ja, gut. Egal. Du kannst dann in die Mine und dann die eine Box... Ja, da gibt's auch auf jeden Fall noch genug zu tun, als dass ich da jetzt nicht... Als dass ich da jetzt... Ich werde da wahrscheinlich nur reingehen, aber... Viel mehr, wenn ich nicht mache. Können. Zeitlich. Ja, und gegen unseren Freund hier müssen wir auch noch ein paar Mal... Ich glaube zweimal kämpfen, um... ...alles zu bekommen. So. Ah, okay. So. Ach du Scheiße, okay. Okay. Ich höre hier aus, dass du diese scharfest. Äh. Schön. Jetzt weiß ich nicht, hier geht's eigentlich noch irgendwo weiter, aber ich weiß gerade nicht wo. Da sieht man schon was. Äh. Und das hier irgendwo? Ja, da. Boah, ich schaff das glaube ich nicht mehr. Ja gut, okay, aber da kann ich eventuell gleich noch gucken. Aha. Okay. Okay, jetzt kannst du da weitermachen. Okay. Jetzt wird's tatsächlich ein bisschen interessant. Jetzt wird's interessant, genau. Weil hier unten jetzt noch alles unerforscht ist. Können wir erstmal gucken, was hier so geht. Was geht überhaupt? Das ist so ein Regelchen. Ja, und jetzt wird's labyrinthisch. Ach du Scheiße. Da geht's nicht lang. Äh, ja. Und den Weg kenn ich auch nicht irgendwie aus dem Kopf oder irgendwas, sondern... Okay. Da müssen wir jetzt selber rumprobieren. Ja. Ja. Nein, ich geh da lang. Aha. So, da geht's noch. Aha. Jetzt hab ich die Watering-Count. Was? Was? Was bringt mir die Watering-Count jetzt? Weiß ich nicht. Ich weiß es echt nicht. Ja, das ist jetzt schwierig. Das ist ein bisschen tricky. Wo bin ich denn jetzt? Du bist noch irgendwo da. Ah, ich bin noch da. Ach, verdammt. Ja, das wird nix. Da musst du gleich mal... Ich freu's aber auch nicht, ob ich da jetzt direkt durchkomme und den richtigen Weg finde. Ah, okay. Da müssen wir jetzt ein bisschen drumprobieren. Also das hab ich mir auch nicht irgendwie explizit angeguckt, wie man durch solche... Wege, wie man durch die Labyrinthe durchkommt. Okay, cool. Weil das wär dann auch echt too much gewesen an Spoiler-Kram. Okay. Ja, du hast jetzt die Mitte erwischt. Ja, ich bin jetzt hier, ne? Du bist da an der Seite, aber... Ja, ja. Genau, ich bin den Seitengang. War da doch noch was? Ne, da war nix mehr. Also ich versuch jetzt... Alter, wo... Du musst ein bisschen auf das Licht achten. Ja, man muss echt auf das Licht achten, ne? Das ist momentan so die Sache. Das muss einfach weiter... Oben? Erkunde mal? Ne, ich möchte da noch... Ich möchte das da unten erkunden. Ja, da wärst du nämlich ohne Sackgasse gelaufen. Ja, siehst du? Jetzt... Ja, ich... Ja, geh mal runter, geh mal runter. Das ist nämlich... Ja, ich schaffe hier aber nichts mehr. Okay, das sieht richtig aus. Ja. Na gut, dann musst du da jetzt versuchen, da nochmal hinzukommen. Okay, ich weiß aber... Hast du dir das gemerkt? Du hast geguckt wahrscheinlich? Ja, so ziemlich, ja. Hm. So. Ja, das ist alles nicht ganz so einfach hier. Es ist mit dem... Also das verwirrt mich total, das Licht, um ehrlich zu sein. Ja, das ist nicht... Ach, verdammt. Also vor allem, weil ich immer irgendwie denke, die Mitte ist wo ganz anders, aber irgendwie stellt sich dann heraus, dass man... Ne, es ist ein bisschen... Ein kleines bisschen versetzt. Ein kleines bisschen versetzt, ne? So, aber das haben wir jetzt geschafft hier. Äh... Da sag ich jetzt mal nicht zu. Oh... Nee. Seriously? Okay. Das heißt, wir müssen da jetzt irgendwie... Müssen wir da mit der Watering-Kamera an oder so eine Scheiße? Nein. Also ich weiß, was man da machen muss. Okay. Also das war jetzt hier hoch. Ja genau, du bist richtig. Jetzt da. Kann ich hier schon links? Ja, kann... Ja, genau. Du kannst... Jetzt musst du nur... Ne, das ist falsch. Genau, das ist falsch. Jetzt musst du da noch weiter rechts. Und dann den Schlenker. Genau. Und da jetzt... Wo bin ich? Weiter... Genau, runter, runter, runter. Jetzt einfach nur... Genau. Und jetzt runter. Perfekt. Guck runter. Ja, du bist doch nicht durch. Guck mal, was ist der unten? Ja, eine glänzt nicht. Das war die, die nicht geglänzt hat. Habe ich gerade gehofft. Es ist da so. Ich habe es aber auch gerade gerafft. Ja. So, jetzt haben wir die Trophy. Soll ich sagen, was sie macht? Ich weiß, was sie macht. Ich könnte jetzt links gucken, was sie macht. Ja, kannst du theoretisch machen. Wir haben ein Item mehr als... Ich weiß, wird sie... Ja doch, sie wird... Warte? You really gave it 110%. Okay, super. Ja, die ist für die 10 extra Prozent quasi zu schnell weg. Cooler Scheiß. What? Warum sind wir jetzt hier? Ja, weil wir die Trophäe gekriegt haben. Das reicht schon. Okay. Also, wir sind jetzt quasi da unten fertig. Okay. Aber warum war die Watering Can da? Das weiß ich auch nicht. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß es echt nicht, weil... Ja, ähm... Ob wir da noch irgendwas mitmachen? Ach so, jetzt brauchen wir zwei... Ob wir tatsächlich doch eventuell nochmal da gucken sollen und ich irgendwas übersehen habe, ich weiß es oder vergessen habe. Weil ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe mir das zwar aufgeschrieben, aber ich habe die Liste nicht. Ja, uns fehlen also jetzt noch zwei Coins. Was natürlich total günstig ist, dass ich mir diese Liste gemacht habe und... Lass mich mal ein Momentchen überlegen und... Also, was wir eventuell mal machen können, ist einmal den Boss besiegen mit dem richtig fetten Schwert. Weil das haben wir noch nicht gemacht. Mit dem richtig fetten Schwert. Ja, also mit unserem Mega-Schwert. Mega-Sword. Hä? Aber... Doch, klar. Haben wir den mit dem... Das war ja... Das hatten wir zu der Zeit schon, bin ich der Meinung, ja. Mit dem... Echt mit dem Schwert haben wir ihn schon besiegt? Bin ich der Meinung. Also... Also... Ja. So, wir haben... 3% haben wir. Ja, das letzte... Das letzte Hark kriegen wir ja, wenn wir die ganzen Coins jetzt. Uns fehlen halt noch zwei Coins. Und ich weiß... Ich hab die grad nicht mehr in meinem Kopf. Ähm... Ja, dann... Ist irgendwas mit der Wüste? Nee, mit der Wüste ist gar nichts mehr. Da kann ich jetzt auch noch mehr zu sagen, weil wir ja letztes Mal noch nach der Oase besucht haben. Ja. Die war ja irgendwo da rechts bei uns, die kann aber überall auftauchen tatsächlich. Wir müssen nur ein paar Mal durch den Screen laufen. Okay. Und sie taucht auch nur dieses eine Mal auf. Eine Mal auf. Alles klar. Und... Ich weiß... Ich weiß einen wieder. Okay. Ich geb dir gleich mal so einen kleinen Hint. Und zwar versuchst du vielleicht eventuell mal in den Treibsand zu gehen. Da links. Ach... Och... Ja... Das meint man mit Patience und so. Richtig. Und dann gehst du so ein Stückchen runter, am besten zu den Hölzern dahin. Also genau, da würde ich jetzt irgendwo versinken. Ich hoffe, das geht überall. Du musst nicht ganz speziell die eine. Ja, das ist das eine Rätsel, genau. Ach... Blöd. Das soll Treibsand sein. Ja. Darauf muss man erst mal kommen. Das kannst du hier erkunden. Tadaaa! Da ist die eine Coin, die uns noch fehlt. Correct. Okay. So. Das heißt... Ja, Patience und jetzt... Ja, hier kannst du nichts mehr machen. Da kommst du auch nicht raus. Ach nein. Das heißt, ich kann auf das... Ja, du kannst auch das machen. Ja, jetzt fällt mir davon trotzdem nicht. Ähm... Ja, das ist aber auch gar nicht so wild, denn wir haben jetzt eine Pause. Eine Pause! Genau. Wir sehen uns nämlich bei der nächsten Episode. Tschüssi! Auf Wiedersehen! Tschüssi! Ciao!